Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Herr Wirtschaftsminister, schön, dass Sie da sind. Das war jetzt so ein rein und raus. Ich dachte, Sie trauen sich vielleicht nicht, aber jetzt sind Sie da und hoffentlich bleiben Sie auch da. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, Clankriminalität wirksam zu bekämpfen. Das ist eine Kernforderung der Alternative für Deutschland. Sie ist heute aktueller denn je. Denn grüne Clan-Strukturen sind mittlerweile in der Bundesregierung und ganz exemplarisch im Bundeswirtschaftsministerium angekommen. Der Kinderbuchautor und Bundeswirtschaftsminister Habeck hat seine Art der Personalführung und Förderung offenbar von Clans abgeschaut und herrscht mit einer Mischung aus Eigennutz, Klügelei, Vetternwirtschaft und Filz. Der Staat als Beute der Grünen, der Bürger als Opfer der Grünen. Worum es geht, ist kompliziert. Ich habe ein kleines Schaubild vorbereitet, dass Sie sich da alle reinlesen können. In der Mitte steht das aus der Anti-Atom-Bewegung hervorgegangene Öko-Institut, das regelmäßig Fördermittel aus dem Bundeswirtschaftsministerium erhält. Dreieinhalb Millionen Euro im vergangenen Jahr. Gleichzeitig haben die beiden Staatssekretäre des Ministeriums, Herr Patrick Reichen und Herr Michael Kellner, engste Verwicklungen zu diesem Öko-Institut. Staatssekretär Patrick Reichen war übrigens der Nachfolger oder ist der Nachfolger von Rainer Barke, zu dem ich gleich auch noch komme. Ein Direktor und erfolgreicher Strippensier in der Klimalobby Agora Energiewende GmbH, in deren Aufsichtsrat übrigens ein Mitglied des Lebensmarktclans und die Cousine von Luisa Neubauer sitzt. Mit Jakob Greichen arbeitet nicht nur der Bruder des Staatssekretärs Patrick Reichen für dieses Öko-Institut, das Geld bekommt, sondern auch seine Schwester Verena Greichen, die zudem mit Staatssekretär Kellner, der bei der letzten Bundestagswahl sagenhafte 5,8 Prozent der Stimmen geholt hat, verheiratet ist. Ein weiteres Mitglied der Familienbande ist Felix Mattes, Forschungskoordinator am Öko-Institut und gleichzeitig Mitglied in Habecks Kommission Gas und Wärme. Wir befinden uns also immer noch in diesem Geflecht hier. Bitte keine Bilder mehr hochhalten, Herr Franker. Mattes ist verheiratet mit der ehemaligen grünen Umweltsenatorin in Berlin und zusammen mit Staatssekretär Patrick Reichen, dem ehemaligen Chef Rainer Barke, in der Stiftung Klimaneutralität unterwegs. Barke wiederum wurde von Habeck zum Sonderbeauftragten für Deutschland, biblische Klima- und Energiekooperation ernannt. Man versteht es nicht, man blickt da kaum durch. Das ist ein mafiöses Geflecht, eine Struktur, die es aufzubrechen und zu verhindern gilt, meine Damen und Herren. Es wird direkt und indirekt Steuergeld verschoben, innerhalb einer Familie, in verschwägerte Familien. Es werden Posten verschoben, Studien beauftragt, Verwandte und Verschwägerte zu Staatssekretärinnen gemacht und als Experten im Bundesministerium angesiedelt. Das passt gut in das Bild, dass Herr Habeck vor ein paar Tagen auch noch einen Preis bekommen hat, nämlich den extra für ihn geschaffenen Ersten Energieküste-Award, den er dann auch noch interessanterweise von seinem Bruder erhalten hat, der wiederum das WTSH, Wirtschaftsförderungsinstitut, leitet, das auch aus Steuergrillern finanziert wird. Also eine Hand wäscht die andere. Ich komme nicht vor wie in Berlin, ich komme ganz ehrlich vor, fast wie in Sizilien, meine Damen und Herren. Überall, wo grüne Einfluss und Personal haben gedeiht, Filz und Klüngel. Gucken Sie nach Thüringen, rot-rot-grüne Koalition. Auch da versinkt alles im Sumpf des Staatssekretärskandals. Da werden Leute in Posten gehoben, die keinerlei Qualifikation haben. Qualifikation ist sowieso ein Fremdwort für die Grünen. Da geht es immer nur darum, die Schlechtesten auszuwählen, die irgendwie unterzubringen, die nirgendwo eine Chance haben. Das ist Kackistokratie vom Feinsten, die Herrschaft der Schlechtesten, meine Damen und Herren. Und während die Grünen-Clans uns schekanieren, lassen Sie es sich gut gehen und tanzen auf Bundespressebällen und lassen die Puppen tanzen und lassen uns deutsche Bürger am ausgestreckten Arm verhungern. Enteignung durch den Heizugswahnsinn aus dem Haus Habeck. Das ist ökosozialistische Transformation in Reinform, auf Kosten der Bürger und sich selber die Taschen voll machen. Das ist widerlich, ekelhaft. Mit uns geht so etwas nicht, meine Damen und Herren. Nach diesen kurzen Ausführungen dürfte jedem klar sein, dass es den Grünen und ihren Helfershelfern schreien Sie nicht rum, melden Sie sich, wenn Sie eine Frage haben, Frau. Weiß ich gar nicht. Sind Sie überhaupt eine? Also jedenfalls schreien Sie nicht rum. Es geht den Grünen und ihren Helfershelfern nicht um das Klima, es geht nicht um die Bürger, es geht auch nicht um Deutschland. Denn wir wissen ja alle, Herr Habeck findet Vaterlandsliebe stets zum Kotzen und weiß, mit Deutschland bis heute nichts anzufangen. Ein bisschen damit anzufangen weiß er offenbar schon. Er weiß, wie man sich Staatsgelder zu eigen macht, wie man Staatsknete an Land zieht und wie man die grün-wurrucke-Ideologie implementiert. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns alle gemeinsam daran arbeiten, dass dieser grüne Clan, diese mafiösen Strukturen in Deutschland ein Ende haben. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass jeglicher Einfluss der Grünen in Zukunft auf null zurückgefahren wird, ohne Testlaufzeit. Vielen Dank. Und der nächste Redner für die SPD-Fraktion ist Markus